Also, ich habe mich spontan entschieden, doch noch hier die Quest zu zeigen, weil ich bin hier gerade bestimmt zehnmal um den Berg herumgeritten und habe den Eingang gesucht. Und den konnten wir auch nicht finden, weil er ist nicht am Berg. Der ist nämlich hier. Hier in diesem Ding, da geht's runter rein. Da muss man erstmal drauf kommen. Aber gut, jetzt ist das so. Mal gucken, was hier drin logiert. Okay, das Hexan-Portal ist schon mal da. Geht das? Das steht ja auch gut. Oh, ich hab's noch eine Quest. Oh, ich hab's noch einen Quest. Oh, ich hab's noch eine Quest. Okay, das ist jetzt einfach mal verkauft. Und... Guck... Wo die Crystal-Leader sind. Oh, hier ist noch eine Quest. Der lebt noch. Each day is a blessing. Be kind to those less fortunate. Naja, wenn du es willst, dann... Comment below. Below. So. Oh, ich soll vielleicht mal das Pad wieder... Oh, wie steckt denn das? Ah, für voll. Gerade noch verschmerzbar. Ach, da ist ja auch noch was. Was ist denn jetzt los? Glaub ich muss mal wieder... zum Optiker. Ah, ne, das sind andere Dinge. Das Dicke war extra. Oh, das ist jetzt ehrlich. Hm, die sind wohl... 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 Geh ich erst mal da runter? Oh, da muss ich erst mal zurück abgeben. Wenn wir jetzt sehen, ist nämlich das letzte. Das scheint hier unten. Oder? Das ist die Frage! Die sind wohl... Oh... Oh... Ah, das ist ein bisschen.. Ein bisschen vom Schattenlabyrinth oder? Naja, wer es schaffen hat, wenn du es kennt, einmal auf Like klicken. War ne gute Methode. Oh, ich würd sagen... Ach, hat er nicht gestunnt. Erstmal 5 Stunden gestunnt. Das Patch stirbt schon wieder. Ist echt übel, dass das Ding reinhaut, oder? Ist eigentlich schon ein bisschen OP so irgendwie, ne? Ach, äh... Ja, ich hab's bestimmt schon gemerkt, aber ich hab mir immer ein neues Patch gegönnt. So... Ne, hier gibt's nichts mehr. Ist das der Jungbrunnen oder so? Na, mal die Trollfüße waschen. So... Das war's hier. Ist das auf der richtige Weg? Ah... Ne. Ah, sieht alles gleich aus. Mach ich nur... Ah, hier geht's hoch. Hm... Das müsste es gewesen sein. Ja. Oh nein! Die unsichtbare Wand... Was tun... So... Also nochmal... Hier... Der Eingang ist hier... Bei den Dämonen direkt nebendran. Nicht am Berg. Geh ich erst mal wieder hoch. Wenn das jetzt wieder eine Mine ist da oben, dann... Ganz geht nicht das aber... Oh... 5 61... Das ist ja schon, äh... Das ist ja schon fast hier normal abgegradet. Schlacht im Okrimar. Wahnsinn. Apropos... Mh... Knapp... Bisschen weniger als drei Viertel noch. Äh... Schon. So... Wo ist das... Du bist her? Wo ist der Typ? Und da. Arkenon Poros... Gajanis Aka... Und... Folgequests... Maladash Mahnor... Zeit ist der Essenz. Ja genau... Und jetzt muss ich wieder da runter... Ach komm... Ich verarsche mich doch schon wieder... Weh, da gibts jetzt nix. Das sind wieder nur ABM hier. The dark times will pass. Stay the calls. Was muss ich im Spiel da geilen mitbefinden, oder? Seek the path of the light. Glixanathos? Xanathos, den gab's doch schon mal, oder? Beziehungsweise mal wieder. Ah, wo ist denn der nochmal her? Sag mal irgendwas. War das irgendein Boss damals irgendwo? Ein Tanz, oder? We will persevere. We will persevere. Die heißen sogar Hippo. Die heißen sogar Hippo. Oh, komm mal hier rüber. Ja. Oh, nein, die spinnen. Ich hab Angst. Ah, also wer hier Arachnophobie hat, ne? Vor... Och, ne, dahinten. Wisst ihr noch? Was ist denn so'n geiler Scheiß? Oh, da ist ein Kristall. Passiert irgendwas, oder? Ne. Ich dachte, das brauchen jetzt irgendwelche Mobs, oder irgendwas. Das wäre irgendwie zu einfach. Irgendwas, äh... Irgendwas stimmt hier nicht. Ja, das ist einfach zu einfach. Das kann nicht sein. Äh... Ah. Ich glaube... Ich glaube... Aber die ist noch nicht möglich. Oh nein. So, habt ihr uns? Ja. Nee. Also, eigentlich schon, aber... Da ist doch noch ein Kristall rechts irgendwo. Hier war einer. Oh, da ist es gewesen. So, was mit dem? Ich glaub da war schon einer vor mir hier. Ah genau. Der Blutelf. Oh komm, jetzt drop mal was hier. Ah, da kommt noch einer. Jetzt müssen wir die Mobs hier scheren mit den... ... ganzen Leuten. Ach das... Nee, fünf Leute hier ist oder was? Ja. Ist da noch ein Kristall? Da ist noch ein Kristall. Äh, was war denn das jetzt? Ich glaub das möchte ich mir mal ein Video angucken. Das ist ein geiler Muffer. Ich hab ja schon mal gesehen, wer das nicht macht. Was bauen die aus dem Haus, ne? Das ist echt gut, ne? Ist das das Bethtilak-Model? Aus Firelands? Ich glaub schon. Ähm. Hab ich erst drei? Das ist ja vier. Das ist ja vier. Das ist ja vier. Hab ich jetzt echt schon ganz zwei von neun? Ja, ich seh schon, ich glaube, dass ich jetzt wieder so in die geile Knessel mit mir springe. Was hier noch was? Ich darf nicht über die Eier drüber laufen. Kapsel ist auch nicht mehr. Ich weiß jetzt nicht, sonst nichts. Ist aber auch noch ein Stück in die Spiel. Ich hab jetzt mal ein Stück in die Eier. Ah, da ist noch ein Kristall. Okay, der braucht den wohl nicht mehr, nehme ich den. Das Ding da hinten brauche ich. Und... Oh, da ist er ja. Ich glaube echt, das ist der Boss aus dem Schattenlab, oder? Der eine. Oh, da war der aus... Die Strath? Die Strath war auch so einer. Diese war anders, glaube ich. Da war der Baltan gerade irgendwie ein Scheiß. Ach, komm. Auch umso schwer machen, wenn es um Eingriff geht. Also Leute, ihr wisst Bescheid. Artillerie ist Wimba. Ich glaube, dieser Orb macht nicht so viel Schaden wie das hier. Dazu Stunt ist auch noch. So... Wir kommen jetzt zu dem Typen. Da ist der hier im Wasser. Ne, der ist oben drüber irgendwo. Kann man schenken. Was brauchen wir jetzt noch? Draußen diese Scheiß... Sputendinger. Oh. Oh. Oh, verkrüppelt. Oh, wie gut. Ich muss echt mal die Sensitivität von dem Boss herunterstellen. So... Ey, das hat auch hier eine Aggro-Range. Ich pull die jetzt alle. Scheißegal, mach ich die Karte lassen rein. Könnt nicht alle mal hier. Schau mal, jetzt. Kommt her. 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 Okay. So. Ne, oder? Vier Mobs einbinden. Also. Da mach ich gerade mal kurz einen Jump-Cut. Bis, äh... Ich hier die Karte. Die Dinger gesammelt haben. So. Hat gar nicht so lange gedauert. Waren nur ungefähr 100 Spinnen so gefühlt. So. Kann mal abgeben. So. 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 Speak to Soulbind, klar. Und der ist wo? Der ist natürlich genau da gegenüberliegt unten. Oben oder unten? Ich würde sagen... Wir machen das ganz anders. Ich gebe gerade mal oben das Ding ab. Und dann fliege ich wieder hier runter. Weil ich will jetzt wissen, was da rauskommt. Bei dem Schadrat... Was wir da... Wo wir ihn eingenommen haben. Gegen Blackhand. Da ist er. Jetzt auch noch mal schöne Hände. 543. Die Battle for Schadrat. Fertig. Ja, das hat jetzt natürlich viel gebracht. Da werde ich wahrscheinlich das nächste Gebiet geschickt. Aber er ist ab 96. Das heißt, ich fliege jetzt mal hier runter. Das ist das hier unten. Aber wieso habe ich den nicht? Aber wieso habe ich den nicht? Wieso habe ich den nicht genommen? Komisch. Ihr könnt auch mal das Flugding hier austauschen gegen was Geschickes. Oh, ich wollte ja mal den Blumeneffekt ausmachen. Oh, meine Augen. Oh, ich wollte ja mal den Blumeneffekt ausmachen. Oh, meine Augen. Ja, der fliegt ja zum Glück wieder überhaupt keinen Umweg, ne? Ich meine, man könnte ja auch Luftlinie fliegen, ne? Aber das wäre ja auch irgendwie... Das wäre ja zu schnell. Oh, da gibt es eine Quest. Was ist das? Oh, hier. Okay, das merke ich mir. Äh... Seht ihr auch den Wasserfall hier in der Luft? Ich glaube, das ist das Highlight dieses Teils. Der Wasserfall. Ich würde sagen, ich, äh... Soll ich da oben nochmal hin? Na, ich glaube, ich hole mir hier die Quest. Dann vielleicht noch den Flugpunkt hier. Jetzt kann mal gucken, ob ich den habe. Ne, den habe ich sogar schon. Äh... Aber das wäre sogar kürzer, wenn ich von hier nach da... Ja, ich flieg gerade nochmal hoch. Aber das zeige ich euch dann im nächsten Video. Ähm... Wenn das hier nichts ist, dann skippe ich das und gehe dann hier hin. Im nächsten Teil. Bis dann.